Und damit wieder herzlich willkommen beim neuen Part Let's get a Platin Assassin's Creed 4 Black Flag Online. Und diesmal zu einer kleinen Spezialfolge, kann man eigentlich so sagen. Denke ich mal, weil ich will meine Figuren jetzt mal neu anpassen. Und es könnte natürlich sein, dass es zu etwas Überlänge kommen könnte. Aber ich hatte mal Lust drauf und will, wie gesagt, ich will ja so wenig allein wie möglich machen. Ich würde euch ja quasi überall dabei haben. Von daher. Ja. Ach, das kostet auch nochmal extra. Das sieht aber schon cool aus, ne? Muss man ja mal sagen. Aber das ist ja Prestige. Das sieht aber auch cool aus. Generell gibt es hier eigentlich ziemlich. Wenn sich Allianzen können den Bonus anlocken. Okay. Es gibt schon ziemlich coole Kostüme, finde ich. Und, ähm... Es sind halt immer so kleine Gimmicks, aber... Ich stehe voll auf so Gimmicks, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich hier ein letztes... Äh, letztes... Damals habe ich mir eine Maus gekauft. Die habe ich mir nur gekauft, weil die pulsiert. Finde ich das hier irgendwie cool. So ein Pissgelbes. Das ist ein toten Schlüssel. So, kauf bearbeiten. Das sieht halt schon cool aus, finde ich. Hm. Ach so, Kicksbemalung. Ja gut, das ist jetzt nicht so notwendig. Ähm... Gucken wir hier nochmal. Was gibt es dann für neue Emblems? Die kosten halt auch alle Geld und sind nicht trophäenabhängig. Postle ich mal vor, bräuchte alle... Bis beim Biss Prestige. Nein, nein, die spielen, ey. Das sieht aber schon cool aus, ne? Leck mich fett, Freunde. Hm. Das sieht cool aus. Muster, Farbe... Rot hätte ich gern. Ja. Sehr schön. Titel. Puh, was nehmen wir denn als Titel? Oh. Prestige. Habe ich nichts, ne? Herausforderung. Stille Meister. Hm. Der Schleicher. Der Flügelmann. Der Flügelmann. Nämlich ja bleibe ich dabei. Der Flügelmann. Passt am besten eigentlich zu mir, finde ich. Und dann würde ich sagen, starten wir, oder? Wie der Wolfsrudel. Erfahrungspunkte ausnutzen. Suche nach Spielewizion. Suche nach Spielewizion. nachmittags ja ich nehme nachmittags auf und ich bin irgendwie saumüde es ist sonntags halb fünf vielleicht kennt das ja auch irgendwie das da vielleicht seid ihr auch manchmal müde um halb fünf das ist eine dumme frage alter ich bin einfach müde um halb fünf sonntags ja ich gut jetzt wisst ihr bescheid freund jetzt wisst ihr bescheid miss brocco ein weibchen spielt assassin's creed gut ab nicht schlecht voll viele haben grün außer einer ob ich sitzungsleiter oder was weil ich an erster stelle bin oder bin ich mal an erster stelle das ist jetzt irgendwie also es ist mir noch nie aufgefallen irgendwie spielsitzung beginnt gleich neue sequenz erreicht okay ich bin noch nicht leiter sequenz vier also ich bin auch gerade ein bisschen am überlegen freunde ich auch gerade am überlegen miss brocco das weibchen hatte spielsitzung verlassen das ist jetzt unglaublich jetzt eine gute war oder wahrscheinlich genau auf den sack zwei stück haben die spielsitzung verlassen jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht was da los ist warum warum hat er jetzt der drei leute zur auswahl der drei leute zur auswahl und geht auf den den ich nach egal wundert mich ja gar nichts mehr für todesstoß auswahl und haben es geschafft für tot ja geht doch ja 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 vercheckt bekommen? Nee, glaub ich nicht. Schade. Okay, gut gemacht. Dude! Nee, go. Check. Fortschritte stoppen. Okay. Der Drecksack ist jetzt... Ach, Mann! Ernährungsbonus warten, Kumpel. Was mache ich denn hier? Okay, wenn ich viel renne, singt das wieder. Das wusste ich vorher aber auch nicht. Okay. Doppelter Multi-Kind. Zack. Können wir uns doch vielleicht mit Busy beeilen? Oh, einigen Truppen werden aus. Noch zu. Aha. Zack, jetzt müssen wir uns doch beeilen. Scheiße, schaffen wir nicht. Bonus. Nein, nicht geschafft. Schade. Hm. Okay, das ist unklar. Ob wir da trotzdem schnell machen müssen. Ich weiß nicht. Äh. Okay. 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 Wollte ich mich noch schlagen, deswegen müsste ich mich jetzt wehren. Okay, der geht hoch. Wo ist der jetzt oder kommt der jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Töten sie das Zusatzziel. Ahai. 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 Okay, dann mach du, wenn du mehr Bonus hast als ich. Ah, scheiße. Okay, ich bin soweit. Woll. Zack. Nein. Zusatzziel ist weg. Ich glaube, die 150 Punkte habe ich. Sequenz wirklich erreicht. Zeitbonus. Von daher. Okay. Okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Leute. Wollte jemand entdeckt. Unglaublich das jetzt war. Ja. Ja. Die Uhr. Kommt jetzt vorbei, die Uhr. so. So. Puh. Ach. Ernsthaft. Schau. Zack. 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 Da hinten sind sie. Los geht's. oh nein das waren zivilisten echt jetzt sehr gut das war nice jetzt das hat mir auch ein bisschen spaß gemacht jetzt das war geil das ist das problem das die zeitkumpel wir haben genug zeit sorry es gab jetzt versteckt bonus das war verdoppelung deswegen wollte ich das jetzt ausnutzen weicht euch vielleicht ein bisschen zu wie sagt man zu geizig aber gut wer versteckt nein was ist das eigentlich für eine sitzung verlässt als jemand kommt als einer wieder dazu hier 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 welche hier 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 E-Freunde, 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 E-Freunde. B. H. Ich mach sie auf. Okay, abschließt. E-Freunde. Doppelster Multi-Kill. Schick. Doppelster Multi-Kill. Ein erster. Der erster ist sehr gut. Nach 30 Sekunden. Ich mach sie auf. Sehr gut. Nein, nicht mehr geschafft, schade Oh, oh, Zeit holen, Zeit holen, Zeit holen, Zeit holen Holt jemand Zeit? Ja, ich glaub, der holt Zeit, ist gut so Ah, nicht mehr geschafft, schade, ich glaub, der holt die Zeit noch Ah, schade, 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 Marmelade Schokolade Wieder erster Oh ja, das war die Punkteausbeute Ich hab zwar die zweitmeisten Kills Aber Versteh ich nicht, die müssten auch dahinter kommen, Freunde Schon viel, am meisten ist es Ponis, ist ja auch wieder klar So verdiene ich halt mein Geld, ne? Ich denke mal, so eine schlechte Strategie ist es eigentlich gar nicht Stufe 32 erreicht, Fähigkeitspaket 4 2, 3 So, Freunde, dann verabschiede ich mich nochmal von euch Und hoffentlich bleibt ihr dran Und euer Nihon Jess out Lasst den dritten Umschritt Jesser Ich habe das